Bevor das Video beginnt, muss ich noch ein, zwei Worte verlieren. Unbedingt bitte dranbleiben, denn es geht um dieses Video und ist wirklich wichtig. Und zwar möchte ich sagen, dass ich erstens natürlich froh bin, dass jetzt endlich mal wieder ein Video kommt, aber ich muss dazu sagen, dass es nicht eins meiner besten Videos ist. Vor allem im Schnitt, denn ihr wisst vielleicht schon, wenn ihr meine letzten Streams gesehen habt, meine Festplatte ist kaputt gegangen. Ihr könnt mich gerne unterstützen, erster oder zweiter Link in der Videobeschreibung müsste es sein. Da könnt ihr mich gerne unterstützen und auch was spenden. Da werdet ihr auch im nächsten Video gegrüßt. Meine Festplatte ist nämlich kaputt gegangen und ich muss eine Drahtenrettung machen. Das kostet sehr viel Geld, das habe ich gerade nicht zur Verfügung. Und deswegen ist ein bisschen das Problem, ich habe ganz, ganz viele Dateien nicht mehr. Unter anderem meine Kameraaufnahme, die ist auf der Festplatte und das hat es alles zerschossen. Ich habe die ganze Musik nicht mehr, also die GEMA-freie Musik, die im Hintergrund läuft, habe ich nicht mehr. Das heißt, in diesem heutigen Video gibt es keine Musik. Also das Video ist nicht so super zusammengeschnitten. Der Abspann, ich hatte immer einen super coolen Abspann. Da muss ich heute auch auf ein Backup zurückgreifen. Also ein Abspann, der zwar okay ist, aber halt nicht so geil aussieht. Weil ich den anderen Abspann auch auf der anderen Festplatte abgespeichert hatte und die Festplatte eben kaputt gegangen ist. Das nur mal dazu gesagt, also das Video nicht in Top-Leistung von mir eben, aber das liegt eben ein bisschen an dieser Geschichte mit der Festplatte. Dann natürlich, was ich noch sagen wollte, was richtig, richtig bitter ist. Ich habe nämlich zwei Streams gemacht über die Champions League, über Liverpool gegen Bayern und dann natürlich ManCity gegen Schalke und da hat sich die Kommandit gegen Juventus zu gehen. Jeweils einen Stream halt eben, also am Dienstag oder Mittwoch. Der Dienstag-Stream kam mega gut an, dann habe ich mich am Mittwoch entschieden nochmal einen Stream zu machen. Der Mittwoch-Stream kam absolut krank an. Über 300 Zuschauer in meinem Stream dabei, live. Sowas hatte ich noch nie. 17.000 Aufrufe insgesamt oder fast 18. Das war Bestwert auf meinem Kanal, also mein meistgeklicktes Video auch. Und dafür wurde ich gestriked. Für das Dienstag-Video Liverpool gegen Bayern nicht. Das nehme ich jetzt allerdings auch auf Privat oder habe ich auf Privat genommen. Denn ich riskiere jetzt nicht noch einen Strike. Einmal wurde ich gestriked. Ich habe dagegen Einspruch erhoben, da es meiner Meinung nach absolut ungerecht ist. Und ja, was soll ich machen? Also es läuft momentan alles ein bisschen schief bei mir. Und wie gesagt, also jeder Auto hilft. Ihr könnt mich gerne, super gerne unterstützen. Ich brauche die Unterstützung jetzt von eurerseits, weil ja, wie gesagt, also keine Ahnung. Das ist echt, wenn man einmal irgendwie so eine positive Phase hat, dann wird es direkt wieder quasi weggespült. Oder kriegt man direkt wieder einen Schlag in die Fresse oder so. Also das ist echt richtig, richtig dumm gelaufen bisher alles. Und naja, wie gesagt, nicht die Bestleistung meiner Videos. Wegen der Festplatte eben. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Und an sich, die Aufnahme war ja schon recht cool. Jetzt würde ich sagen, let's go. Hey Leute und willkommen zu einem quasi neuen Projekt. Und zwar werden wir die FIFA 19 Co-op Spielerkarriere umwandeln zu einer FIFA 19 Co-op Torwart Spielerkarriere, ja. Heißt, ich werde Torwart von Augsburg sein. Jan, der auch mit am Start ist. Hi. Hi. Der ist Torwart von Wolfsburg, ja. Das wird jetzt so ablaufen. Wir haben hier eine Saison gestartet. Wir werden das eine Saison machen. Je nachdem, wie es bei euch ankommt, wie euch das gefällt. Werden wir das dann nächste Saison nochmal machen. Oder wir switchen wieder um und werden dann wieder Stürmer beim anderen Verein. Auf jeden Fall werden wir das so machen, dass ich in meiner Folge zwei Spiele mit Augsburg mache. Und Jan zum gleichen Zeitpunkt, heißt seine Folge ist zum gleichen Zeitpunkt rausgekommen. Ich verlinke es euch einfach mal rechts oben im I. Zwei Spiele mit Wolfsburg, ja. Heißt, dann haben wir zwei Spieltage quasi insgesamt abgeschlossen. Und wie gesagt, jeder halt mit seinem Verein auf seinem Kanal. Und wir können auch gegeneinander spielen. Das kommt auch dazu. Genau, gegeneinander spielen wir dann eben auch. Also es ist in einer Karriere. Wir könnten jetzt theoretisch auf die Tabelle gucken und sehen, wo Jan steht. Und wir sehen auch schon hier, dass Weghorst zwei Tore gemacht hat. Genau, er hatte sein Spiel gerade eben schon. Also es ist in einer Karriere mit drin alles. Bloß, dass wir halt bei unterschiedlichen Vereinen sind. Weil zwei Torhüter bei einem Verein ist natürlich absolut sinnlos. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir rein. Er ist jetzt der Torwart von meinem Gegner, ja. Also ich bin jetzt der Torwart von Augsburg. Als Mike. Und er ist der Gegner als eben der Rensing. Hier, ich musste mein Team noch ändern, fällt mir gerade auf. Er ist eben Rensing hier bei Düsseldorf. Was ist mit deinem Team los? Wieso sind die alle so eine krasse Form? Ja, die haben auf jeden Fall Bock. Ich ändere das jetzt hier mal, dass ihr das gleich seht, Leute. Alter, aber die haben alle. Was ist das denn für ein Cheat, Alter? Ja, läuft auf jeden Fall. Das ist gut, ja. Die haben Bock. Die haben alle den Balken nach oben, Alter. Also auf jeden Fall habe ich hier meinen eigenen Spieler erstellt. Denn Mike hat eine 79er Bewertung. Auch ich habe einen Balken nach oben übrigens. Und Jan hat auch seinen eigenen Spieler erstellt. Auch eine 79er Bewertung. Wie gesagt, das gibt es dann in seiner Folge auf seinem Kanal. Und hier auf meinem Kanal wird er immer meinen Gegner-Torwart spielen. Und auf seinem Kanal spiele ich immer seinen Gegner-Torwart. In dem Fall ist er jetzt Rensing und ich bin eben Mike. Und Leute, mein Mike sieht richtig, richtig cool aus. Seid gespannt. Ich kann ihn euch leider hier nicht zeigen, weil da kein Bild ist. Aber im Spiel seht ihr den. Wahrscheinlich wegen deinem Aussehen sind die alle so motiviert. Das ist gut, ja. Das war alles so geplant, natürlich. Was ein Bug, Alter. So, wir spielen gegen Düsseldorf im ersten Spiel. Hier in dem komischen Stadion, das eigentlich voll cool aussieht. Wir haben einfach den Sanderson-Park. Natürlich. Gut. Sieht man mich nicht. Jetzt habe ich es auch weggedrückt. Naja, egal. Leute, die Kameraperspektive. Ihr seht es ja hier selbst. Das haben wir auch auf Janskanal gesagt. Die ist halt ein bisschen, ja, wie sie halt ist. Komisch. Aber nur so kriegen wir beide Torhüter drauf. Dass wir beide unsere Torhüter quasi sehen. Sonst würden wir die beide nicht sehen. Und, ja. Hilfe, ein wildes Mike. Ja. Da oben ist er. Oh, ja. Oh. Ja, genau. Oh. Boah. Was ist ja eine Kombination. Ich darf mich eigentlich keine freuen für dich. Ja, wie gesagt. Ich bin ja eigentlich gar nicht in Düsseldorf. Du bist ja eigentlich Wolfsburg. Du spielst hier nur in Düsseldorf. Keine Ahnung, was mit Jans Teams immer los ist. Also, ja, die haben mich so und dann denke ich so, boah. Meine haben alle einen Balken nach oben. Oh, da ist mein Torwart, Leute. Das ist so geil. Aber ich wollte mich nicht wieder so normal erstellen oder so. Also, habe ich mir den Typen erstellt. Natürlich mit langer Hose, mit so einem schönen Helm. So ein geiler Typ. Oh, Mann, ey. Guck mal, die sind so krass. Was ist denn mit Wolfsburg? Äh, mit Wolfsburg. Mit Düsseldorf. Boah, jetzt hier. Oh, starke Parade. Kasse Ecken. Hilfe. Ey, der schubst mich. Oh, komm, bitte vor der Halbzeit. Das muss es doch sein. Nee. Irgendwie. Boah. Man sieht bei der Perspektive echt schlecht, was da passiert. Halbzeit 1 zu 0 liegen wir hinten. Das ist gar nicht gut. Also, sein Team ist irgendwie so krass. Anything. Ja, genau. Was war das? Nein. Oh, da ist er mit seinem Helm. Ja, aber wenn du kein Tor machst, weil ich hinten krass bin, dann ändert das auch nichts. Niederlage ist eine Niederlage. Ach, halt, du bist ein Mull. Dann. Dann. Oh, hei, 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 da ist das 2 zu 0. Irgendwie hat sich der Ball am Tor vorbei geschlingelt. Das ist irgendwas, stimmt hier nicht. Du hast irgendwas gemacht, gehängt. Das ist unnormal, guck dir das doch mal an. Ja, jetzt drückt er weg. Ja, für wen aber. Oh, lol. Schieß! Schieß doch, was doch! Das macht doch! Pfff! Pfff! Oh! Nein, das gibt es nicht! Was eine Parade! Oh, nee, und du hast sie mal gerafft, als ich gesagt habe, schießt! Ich wollte gerade... Oh, mein Gott! Meine... Das kann nicht sein! Meine tollen Einstellungen einstellen. Nächstes Mal wähle ich den an und schieß selber, Alter, was ist denn mit ihm falsch? Ja, er schießt mir erstmal in die Eier. Die machen nichts, die passen nicht, die schießen nicht. Der wartet einfach so, bis der Düsseldorfer den Ball hat. Und jetzt kommen natürlich deine und die machen es einfach besser. Ich verstehe es nicht. Konter und 3-0! Warum? Es ist abseits, es zählt nicht. Was? Oh, Mann! Warum freust du dich? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Du hast safe irgendwas verändert. Ja, doch das erste Spiel, da ist ja egal. Du hast safe irgendwas verändert. Der hat nicht mal den Ball reingemacht, als das Tor leer war. Ja, das stimmt. Also nicht mal da, der hat sich getraut zu schießen. Spiel den jetzt anmacht, Time-Finish in die Ecke. Guck mal, was die machen. Ja, stark! Jetzt geht's los! Boah, Parade! Einmal einen Schuss, auch wenn die Parade natürlich gut war, aber einfach mal einen Schuss absetzen. Mann, Mann, Mann. Ja, das 2-0 geht in Ordnung, würde ich sagen. Ja, nicht. Oh, Mann. Erste Niederlage, aber wir gucken einfach mal. Paraden war natürlich vorbei hier. Mike, Mike, Mike. Ja, von Jan haben wir ja nicht vieles gesehen. Eine hier zum Schluss, aber auf jeden Fall crazy. Nein, wie gesagt, bei Jan machen wir jetzt das nächste Spiel und das nächste Spiel bei mir sehen wir jetzt auch gleich. Keine Ahnung, gegen wen wir spielen. So, Augsburg-Gladbach, wir sind diesmal zu Hause und hoffentlich holen wir uns jetzt einen Sieg gegen Düsseldorf. Das war natürlich extrem traurig, deswegen schauen wir mal, gucken wir mal. Das hat letztes Mal gerückt gebracht in Jans Folge. Schaut wie gesagt vorbei und ja. Also, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass Augsburg Bock hätte, dieses Spiel zu gewinnen. Ich habe das Gefühl, dass Gladbach jetzt gleich den Tor macht. Oh, nein. Den habe ich richtig gekratzt. Oh, mein Gott. Das wäre so bitter gewesen, wenn der trotzdem noch reingekullert wäre oder einer da noch will, den reingeschoben hätte. Ja, verletzt und Vertrag, Alter. Jawohl. Der Vertrag, der Vertrag zum 1 zu 0, erste Chance, erstes Tor, so läuft es. Wagenvertrag nicht. Oh, erste Chance, erstes Tor und mal wieder eine Flanke. Jans scheint es auch nicht so zu mögen, die Flanken. Ja, Kopfbälle sind doof. Oh, Gefahr. Jawohl. Äh, kein Schnitt, Mann. Ne, man sieht es halt wirklich schlecht, darum müssen wir uns so hart noch gewinnen, aber finde ich gut. Ich finde es gut, nach dem ersten Spiel hier mal ein bisschen zu beweisen, dass wir auch was drauf haben. Bei 0, nach zwei Chancen. So, Leute, Halbzeit, 2 zu 0, zwei Versuche, zwei drin und die von, wer war es denn? Weiß ich jetzt gar nicht, von Bogason wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall hat deine Mannschaft auch zwei Chancen, zwei Schüsse aufs Tor. Scheinbar habe ich die beide gehalten und bei uns sind es zum Glück reingegangen, das finde ich gut. Ne, Hahn war es, beides Mal. Oh, ich habe was gehalten, Alter, uuuh. Stark. Du darfst jetzt nicht so laut gehen, das war viel zu laut. Das ist voll dumm. Oh, ihr sieht nichts, Ecke, hui. Die Ecken unten sind halt so, damn, lächerlich. Erstmal reintreten, ja. Oh, nochmal eine Ecke. Wenn die jetzt besser kommen würden. Ja, genau so. Oh, 3-0. Da kann man einfach nichts sehen. Garne Scheiße. Aua. Das ist gut. Verdammt gut. 3-0. Wenn ich jetzt auch keins mehr kassiere, würden wir erstens die Tordifferenz verbessern. Enorm. Ähm. Wir werden vielleicht noch ein Tor oder so machen. Aber auch beim 3-0 wären wir dann im Plus mit der Tordifferenz. Und 3 Punkte. Mega geil. Ich will nur nicht, dass du so eine krasse Tordifferenz hast. Oh ja, jetzt. Ja. Oh. Was. Das war gut gehalten. Das war ein verrücktes Stellungsspiel. Ja, aber das war geplant. So. Wir haben es geschafft. Mann. Es ist vorbei. 0 Gegentore. Ja, schade. Wir hätten noch eins hinterherstechen können. Das wäre auch cool gewesen. Aber 3-0. Wir sind der positiven Tordifferenz. 4 Schüsse, 4 aufs Tor. 3 drin. Du 4 Schüsse, 4 aufs Tor. 0 drin. Gute Bilanz. So. Wir blicken auf die Bundesliga-Tabelle. Und da sehen wir, dass Augsburg Wolfsburg überholt hat. Ähm. Ja. Ganz knapp nur. Aber das liegt an den Gegentoren. Äh. Weil wir weniger Gegentore kassiert haben. Ähm. Punkte haben wir jetzt beide 3. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich geil. Und wie gesagt, die Spiele seht ihr dann auf Jans Folge. Momentan ganz oben Bremen. Geile Scheiße. Ja. Das nächste Spiel steht dann auch an. Gegen Mainz. Das werde ich dann direkt machen. Und äh. Ja. Ich hab Bock drauf auf die nächste Folge. Wie gesagt, wenn euch dieses Projekt mega gut gefallen hat. Dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Damit wir das sehen. Und dann würde ich sagen. Ja. Schaltet bei der nächsten Folge wieder mit rein. Danke fürs Zusehen. Und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.